Das Evangelium am Sonntage, Septuagesime, aus Matthäus 20 Das Himmelreich ist gleich einem Hausvater, der am Morgen ausging, Arbeiter zu mieten in seinen Weinberg. Und da er mit den Arbeitern eins ward, um einen Groschen zum Taglohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und ging aus um die dritte Stunde und sah andere an dem Markt müßig stehen, und er sprach zu ihnen, Geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Aber mal ging er aus um die sechste und neunte Stunde und tat gleich also. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere müßig stehen und sprach zu ihnen, Was stehet ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sprachen zu ihm, Es hat uns niemand gedinget. Er sprach zu ihnen, Geht ihr auch hin in den Weinberg, und was recht sein wird, soll euch werden. Da es nun Abend ward, sprach der Herr des Weinberges zu seinem Schaffner, Rufe den Arbeitern und gib ihnen den Lohn und heb an an den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die um die elfte Stunde gedinget waren und empfing ein jeglicher seinen Groschen. Da aber die Ersten kamen, meineten sie, sie würden mehr empfangen, und sie empfingen auch ein jeglicher seinen Groschen. Und da sie den empfingen, murreten sie wieder den Haushalter und sprachen, Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem unter ihnen, Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir eins worden um einen Groschen? Nimm, was dein ist, und gehe hin. Ich will aber diesem Letzten geben gleich wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem Meinen? Denn siehst du darum schäl, dass ich so gütig bin? Also werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählet. Geliebte in dem Herrn Christo, gilt es stets mit Sorgfalt auf den Zusammenhang zu achten, wenn man eine Stelle der Heiligen Schrift recht auslegen und erklären will. So gilt dies ganz besonders von dem heutigen Evangelium. Achten wir darum sorgfältig auf dasjenige, was ihm vorhergeht. Wie Matthäus im vorhergehenden Kapitel berichtet, trat ein reicher Jüngling zu dem Herrn und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben möge haben? Als ihm der Herr antwortete, willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote, sprach der Jüngling, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf, was fehlt mir noch? Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass dieser Jüngling wissentlich die Unwahrheit sagte, wenn er behauptete, er habe die Gebote der zweiten Tafel vollkommen gehalten, sondern er war wirklich der Meinung, das getan zu haben. Er war ein Jüngling, vor dem viele christliche Jünglinge ihre Augen beschämt zu Boden schlagen müssen. Doch war er in einem schweren Irrtum befangen, und davon überführte ihn der Herr, indem er ihm auf die Frage, was fehlt mir noch, antwortete, willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Der Jüngling war reich, hatte viele irdische Güter, und aller dieser Güter sollte er sich entäußern. Sie sollte er den Armen schenken, und an Christo, der so arm war, dass er nicht hatte, wo er sein Haupt hinlegen konnte, in seiner Armut nachfolgen. Mit dieser Forderung hatte der Herr den wunden Punkt bei dem Jüngling berührt. Damit zeigte er ihm, dass er seine irdischen Güter mehr liebe als seine armen Nebenmenschen, während er soeben behauptet hatte, dass er seine Nächsten als sich selbst geliebt habe. Denn als er diese Worte des Herrn hörte, ging er traurig davon, denn, so setzt Matthäus hinzu, er hatte viele Güter. Ganz arm werden, Christo in seiner Armut nachfolgen, das war zu viel verlangt. Sein Reichtum war ihm mehr wert als die Nachfolge Christi. Seinen Mammon wollte er um Christi willen nicht fahren lassen. Als der Jüngling betrübt davon ging, wandte sich der Herr an seine Jünger und sprach, Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwerlich ins Himmelreich kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Über diese Worte entsetzten sich die Jünger und riefen aus, ja, wer kann dann selig werden? Sogleich war auch Petrus, der gewöhnlich das Wort führte mit der Frage da, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, was wird uns dafür? Wir, so sagte er damit, haben anders wie dieser reiche Jüngling gehandelt. Wir haben unsere Häuser, unser Geschäft, alles, was wir besaßen, verlassen und folgen dir. Was erhalten wir dafür? Nun, dass sie um Christi willen alles verlassen hatten, das war gut, etwas Großes. Aber dass Petrus mit seiner Frage auch eine gewisse Lohnsucht aussprach, dass er meinte, sie hätten mit dem Verlassen ihrer irdischen Güter ein Anrecht auf einen großen Lohn erworben, das war nichts Gutes oder Großes. Wohl sagte der Herr, dass sie im ewigen Leben auf Stühlen sitzen und die zwölf Geschlechter Israels richten würden, ja, dass jeder, der alles um seines Namens willen verlasse, es hundertfältig wiedererhalten und das ewige Leben ererben werde. Aber, so setzte er hinzu, viele, die da sind, die Ersten, werden die Letzten, und die Letzten werden die Ersten sein. Und dies führt er nun in dem in dem heutigen Evangelium enthaltenen Gleichnis weiter aus. Was will also der Herr in diesem Gleichnis seinen Jüngern darlegen? Das, was wir nun miteinander betrachten wollen. Das Reich Gottes ist das Reich der Gnade. Denn erstens, aus Gnade werden die Menschen in dies Reich berufen. Zweitens, aus Gnade arbeiten sie darin. Drittens, aus Gnade erhalten sie den Lohn. Der Herr beginnt das Gleichnis in unserem Evangelium mit den Worten, denn das Himmelreich ist gleich einem Hausvater, der am Morgen ausging, Arbeiter zu mieten in seinen Weinberg. Er vergleicht das Himmelreich mit einem Weinberg und versteht unter dem Himmelreich die christliche Kirche hier auf Erden. Schon die Kirche des Alten Testaments wurde unter dem Bilde eines Weinbergs dargestellt, wie wir aus dem fünften Kapitel des Propheten Jesajas ersehen, wo es heißt, Mein Lieber hat einen Weinberg an einem fetten Ort. Und so dann erklärt wird, des Herrn Seberort Weinberg ist das Haus Israel. Der Hausvater des Weinbergs ist Gott der Vater, wie der Herr Johannes 15 sagt, Mein Vater ist ein Weingärtner. Dieser ging am Morgen aus, Arbeiter in seinen Weinberg zu mieten. Diese Arbeiter sind nicht allein die Prediger und Lehrer, sondern alle Christen, die zum Himmelreich oder zur Seligkeit berufen werden. Denn in der Kirche arbeiten nicht allein die Prediger, sondern alle Christen ohne Unterschied des Standes, Alters und Geschlechts. Nachdem, so spricht der Herr weiter, der Hausvater mit den Arbeitern, die er am Morgen gemietet, um einen Groschen als Tagelohn einig geworden war, sandte er sie in seinen Weinberg. Dasselbe tat er mit solchen, die er um die dritte Stunde, um neun Uhr vormittags, am Markte müßig stehen fand, mit denen, die er um die sechste und neunte Stunde, das heißt um Mittag und drei Uhr nachmittags, und endlich mit denen, die er um die elfte Stunde, nämlich um fünf Uhr nachmittags fand. Der Unterschied bestand nur darin, dass er mit den Ersten einen Groschen als Tagelohn vereinbarte, den Anderen aber nur zu geben versprach, was Recht sei. Wir sehen hieraus, dass alle diese Arbeiter nicht von selbst kamen und sich dem Hausvater als Arbeiter anboten, sondern alle, von den Ersten bis den Letzten, am Markte müßig standen und dass der Hausvater ausgehen und sie suchen musste. Der Markt in einer Stadt ist der Ort, an dem geh- und verkauft wird und wo sich auch die Müßiggänger einzufinden pflegen. So stehen alle Menschen am Markt dieser Welt, mögen sie auch noch so beschäftigt sein, müßig, solange sie sich selbst und nicht Gott dienen. Das Leben des Ungläubigen ist Müßiggang. Die Arbeit des Menschen beginnt in Wahrheit erst dann, wenn er sein Leben in den Dienst seines Gottes stellt, aber zu diesem Dienst drängt er sich nicht, zudem kommt er nicht aus eigenem Antriebe, sondern dazu muss er gemietet, berufen werden. Wie eigentümlich handelt Gott schon bei dieser Berufung. Der Herr sagt uns, dass der Hausvater die ersten Arbeiter des Morgens um die dritte Stunde, andere hingegen um die sechste und neunte und die letzten sogar erst gegen Abend gemietet habe. Diese verschiedenen Stunden haben einige Ausleger auf die verschiedenen Zeiten der Welt als Adams, Noas, Abrahams, der Propheten- und Christi-Zeit beziehen wollen, aber dem widerspricht das Gleichnis selbst. Würden sich dann nicht Adam und Noah mit denen zugleich hier in der Kirche befunden haben, die zur Zeit Christi berufen wurden? Die verschiedenen Stunden bezeichnen vielmehr das verschiedene Lebensalter der einzelnen Menschen, indem sie zum Himmelreich berufen werden. Einige werden schon in ihrer Kindheit am Morgen ihres Lebens durch die Taufe, andere in der Kindheit durch den Unterricht im Worte Gottes, durch den Konfirmandenunterricht, weder andere im Mannesalter noch andere im Greisenalter, endlich andere in den letzten Stunden ihres Lebens berufen. Die Ersteren arbeiten daher, wenn sie nicht aus dem Glauben fallen, im Weinberge des Herrn ihr ganzes Leben, die anderen und namentlich die Letzten nur eine kurze Zeit. Die Berufung aller aber geschieht durch das Evangelium, ob sie diese nun öffentlich oder privat im, durch Lehrer, Prediger, die Eltern oder andere hören. Und was veranlasst Gott, die Menschen in seinen Weinberg zu berufen? Nur seine Gnade. Bedenkt, welches das Endziel dieser Berufung ist, das Himmelreich, die Seligkeit. Diese soll allen treuen Arbeitern in dem Weinberg oder der Kirche zuteil werden. Wie sind aber alle Menschen von Natur beschaffen? Sie stehen am Markte dieser Welt müßig, sind Sünder, Feinde des himmlischen Hausvaters, denn sie sind fleischlich gesinnet. Und fleischlich gesinnet sein ist eine Feindschaft wie der Gott. Sie wollen in ihrer natürlichen Beschaffenheit weder etwas von der Kirche noch von der Seligkeit wissen, zu der sie berufen werden, sondern wollen einen fleischlichen Himmel und eine Seligkeit nach ihren Lüsten haben. Zeigt das nicht die Geschichte des israelitischen Volkes, nicht die Berufung der Apostel, denen der Herr sagte, ihr habt nicht mich, sondern ich habe euch erwählet und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringet und eure Frucht bleibe? Und doch, diese Sünder, auf denen sein Zorn ruhen, diese Übertreter, die er strafen, diese seine Feinde, denen er die Verdammnis zum wohlverdienten Lohn geben sollte, die beruft Gott durch das Evangelium in das Gnadenreich seiner Kirche, zur Herrlichkeit seines himmlischen Reiches, beruft dazu Zöllner und Sünder, einen wütenden Verfolger wie Paulus, einen Sünder wie den Tschecher am Kreuz, ein halsstarriges Volk wie das der Juden, so sündige verkehrte Menschen wie ich und ihr alle. Sagt, meine Freunde, wer von uns hätte ein Anrecht auf diese Berufung? Wer von uns hat Gott nur einen Dienst geleistet, den er ihm zu vergelten verpflichtet gewesen wäre? Also Gnade, lauter Gnade und Erbarmen ist es, die Gott veranlasst, die Menschen zu Arbeitern in den Weinberg seiner Kirche und zur Seligkeit zu berufen. Und Gnade ist es ebenso, dass sie in demselben arbeiten, was wir zweitens erkennen wollen. Der Hausvater ging nach unserem Evangelium aus, um Arbeiter in seinen Weinberg zu mieten. Und Arbeiter beruft Gott in seiner Kirche hier auf Erden. Ich betone das Wort Arbeiter. Solche, die am Markt müßig standen, mietete der Hausvater zu Arbeitern. Was stehet ihr hier den ganzen Tag müßig? Sprach er zu ihnen. Mit diesen Worten strafte er ihr müßig Stehen und jeder von uns weiß, dass der Müßiggang Sünde und, wie das Sprichwort sagt, aller Laster Anfang ist. Vielleicht möchtest du hier einwenden, aber ich bin nie müßig, sondern von Jugend auf stets fleißig gewesen. Das gestehe ich dir zu, mein Freund, aber ich sage dir, die ganze Zeit deines Lebens, da du für dich selbst gearbeitet, nur nach den irdischen Dingen dieser Welt getrachtet, nur deine Lüste und Begierden zu befriedigen bestrebt gewesen bist, bist du in Wahrheit ein Müßiggänger gewesen. Ebenso wohl wie der, um dies Beispiel anzuführen, ein Müßiggänger ist, der, anstatt seinem Geschäft nachzugehen oder auf seinem Acker zu arbeiten und für Weib und Kind zu sorgen, sich hinter dem Kartentisch sitzend oder mit anderen Spielen und den sündlichen Vergnügungen müde macht. Wirkliche wahre Arbeit beginnt erst mit der Tätigkeit im Reiche Gottes. Die darin verrichtete Arbeit bleibt mit ihrer Frucht, die andere aber vergeht und fällt dem Verderben anheim, denn wer auf sein Fleisch säet, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten, wer aber auf den Geist säet, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wohl, aber, bin ich, möchtest du mir zurufen, ein Arbeiter im Weinberge Gottes in seiner Kirche? Ich frage dagegen, bist du ein Christ? Stehst du im Glauben? Ja, aber ich bin doch kein Prediger, kein Lehrer, antwortest du. Ich erwidere, meinst du, dass nur die Pastoren und Lehrer im Weinberge arbeiten, die Gemeindeglieder aber müßig gehen sollen? Leider scheinen nicht wenige eine solche Meinung zu haben. Aber dann wäre die christliche Kirche eine merkwürdige Gesellschaft, die aus einigen wenigen Arbeitern und aus einem großen Haufen von Müßiggängern bestände. Nein, mein Freund, der liebe Gott will keinen Müßiggänger im Weinberge seiner Kirche, sondern lauter und zwar fleißige Arbeiter haben. Wer und was du auch bist, ob jung oder alt, ob Mann oder Weib, ob Prediger oder Zuhörer, ob Landmann oder Geschäftsmann, bist du ein Christ, so bist du auch ein Arbeiter, den Gott zur Arbeit in seinem Reiche berufen hat. Und wenn du als gläubiger Christ mit Fleiß und Vorsicht deinen Acker bestellst, deinem Geschäft, deinem Hause wohl vorstehst, wenn du deine Kinder im Worte Gottes unterrichtest, in der Zucht und Vermahnung zum Herrn auferziehst, wenn du deinen Mitchristen ermahnst oder tröstest, deinem Nebenmenschen, deinem Nachbar von Christo, dem Reiche Gottes, der Seligkeit sagst, wenn du einen Sünder von dem Wege seiner Sünde auf den schmalen Weg zum Leben bringst, Kirchen und Schulen erbauen und erhalten hilfst, von dem Segen, den Gott auf deiner Hände Arbeit legt, zur Ausbreitung des Reiches Gottes, zur Aussendung von Missionaren und Reisepredigern darreißt, wenn du den Nackenden kleidest, den Hungrigen speisest mit einem Worte, wenn du den Armen Gutes und dies im Glauben aus Dankbarkeit für die Wohltaten tust, die Gott dir im Leiblichen und Geistlichen erwiesen hat, dann bist du ein fleißiger Arbeiter in dem Weinberge Gottes in dieser Welt in seiner Kirche. Wer dies noch nicht erkannt hat, mit dessen Erkenntnis sieht es wahrlich noch traurig aus. Wer aber meint, er tue als Christ seine volle Pflicht in des Herrn Weinberg, wenn er alle Sonntage oder 14 Tage zum Gottesdienst kommt und seinen geringen Beitrag gibt, der ist ein Müßiggänger und wird von dem Herrn des Weinbergs als solcher behandelt werden. Alle aber, die fleißige Arbeiter sind, woher haben sie die Kraft zu ihrer Arbeit? Aus sich selbst? Paulus bekennt von sich und seinen Mitarbeitern im Weinberge des Herrn nicht, dass wir tüchtig sind, von uns selber etwas zu denken als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, welcher uns tüchtig gemacht hat, das Amt zu führen des Neuen Testaments. So aber muss ein jeder Christ als Arbeiter in der Kirche bekennen. Die Arbeit besteht in guten Werken, und ein gutes Werk kann kein Mensch aus sich selbst aus natürlichen Kräften vollbringen. Der natürliche, in Sünden geborene Mensch ist einem wilden Baume gleich, und so wenig ein wilder Baum nur eine gute Frucht bringen kann, so wenig kann ein natürlicher Mensch auch nur ein gutes Werk tun. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen und Feigen, von den Disteln? Ein gutes Werk ist nur das, welches aus dem Glauben kommt. Und da kein natürlicher Mensch den Glauben hat, so kann er auch kein gutes Werk tun. Sind also nur Glaubenswerke gute Werke, und besteht die Arbeit im Weinberge der Kirche nur in guten Werken, so muss Gott erst den Glauben in dir wirken und dich somit zu einem Arbeiter in seinem Weinberge machen, muss dir unaufhörlich die Kräfte zur Arbeit darreichen. Und das alles tut er wiederum nicht, weil du das verdient hättest, weil er dazu verpflichtet wäre, sondern aus Gnaden allein. Wie Paulus von sich bekannte, aus Gottes Gnade bin ich, das ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, denn ich habe viel mehr gearbeitet, denn sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. So müssen alle Arbeiter im Weinberge des Herrn von sich bekennen. Wahrlich, meine Freunde, dass wir Christen sind, was wir haben und was wir Gutes tun, wie viel oder wie wenig wir im Reiche Gottes arbeiten, und ich füge hinzu, dass Gott uns überhaupt würdigt, in seinem Weinberge zu arbeiten, das ist Gnade, Gnade allein. Wenn doch alle Christen dies Recht erkennen und bedenken möchten, wie gar anders würde es dann in der Kirche stehen, wie viel fleißiger würden sie sein, wie willig würden sie arbeiten, wie viel reichlichere und herrlichere Früchte würde dann dieser Weinberg des Herrn bringen. Und sie arbeiten ja nicht umsonst, vergeblich, sondern es ist ihnen ein überaus herrlicher Lohn verheißen, ein Lohn freilich nicht nach Verdienst, sondern aus Gnaden, denn im Reiche der Gnade gibt es nur einen Gnadenlohn, wie uns der Herr drittens in unserem Gleichnis lehrt. Da es nun Abend ward, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Schaffner, rufe den Arbeitern und gib ihnen den Lohn und heb an an den Letzten bis zu den Ersten. Schon dies, dass die zuletzt Eingetretenen zuerst den Lohn empfangen sollten, lehrt, dass Gott in seinem Reichen nicht nach Verdienst erwerke, sondern nach seiner Gnade handelt. Dies lehrt aber vollends, dass die gegen Abend Gekommenen, die nur eine Stunde gearbeitet hatten, denselben Groschen ebenso viel erhielten wie diejenigen, welche am Morgen gekommen waren und den ganzen Tag gearbeitet hatten. Darüber murrten diese und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Hatten sie ein Recht zu murren? Wir lesen weiter. Er antwortete aber und sprach zu einem unter ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir eins worden um einen Groschen? Nimm, was dein ist, und gehe hin. Ich will aber diesem Letzten geben gleich wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem Meinen? Siehst du darum schäl, dass ich so gütig bin? Mit vier Gründen rechtfertigt der Hausvater sein Handeln. Der erste ist in den Worten ausgesprochen, bist du nicht mit mir eins worden um einen Groschen. Dieser war ja als Lohn für den ganzen Tag vereinbart worden. Der zweite in den Worten, nimm, was dein ist. Sein war nach dem Übereinkommen der Groschen. Aber durch Murren, dem Hausvater mehr abzwingen zu wollen, war Unrecht. Der dritte Grund, der Herr des Weinbergs hatte volles Recht, über das Seine nach seinem Belieben zu verfügen. Endlich der vierte, keiner hatte ein Recht, deswegen neidisch zu sein, weil der Hausvater so gütig war, den Letzten denselben Groschen zu geben. Er handelte ja gegen die Ersten durchaus gerecht, gegen die Letzten mehr als gerecht, gütig. Und wer kann denn einem gütigen Mann, der jemandem mehr gibt, als er ihm schuldig ist, der Ungerechtigkeit anklagen? Nun, Geliebte, die Meinungen darüber, welche Menschen mit den Arbeitern, den Ersten und Letzten, gemeint sind, was unter dem Groschen zu verstehen ist, sind sehr verschieden gewesen. Einige haben unter den Murrenden die Juden, unter den Letzten die Heiden, unter dem Groschen leibliche und geistliche Güter in diesem und jenem Leben, andere allein zeitliche Güter, noch andere Christum, den höchsten Schatz, wieder andere anderes verstanden. Blicken wir auf den Zusammenhang, so ergibt sich das rechte Verständnis von selbst. Es waren die Jünger des Herrn, denen er dieses Gleichnis vorlegte, als Petrus die lohnsuchtverratende Frage an ihn richtete, was wird uns dafür, dass wir alles verlassen haben und ihr nachfolgen? Darauf hatte der Herr geantwortet, wer verlässt Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen, der wird's hundertfältig nehmen und das ewige Leben ererben. Das heißt, was jemand um meinetwillen dahin gibt, soll er hundertfach wieder erhalten und dazu das ewige Leben als Erbe erhalten, nicht als Verdienst, sondern als Erbe. Und damit sagt er, wie Luther es ausdrückt, dass Gott nicht nach der Arbeit, nach unserem Verdienst mit uns handeln will, sondern aus Gnaden einem jeglichen zugleich, er habe viel oder wenig gearbeitet, den verheißenen Groschen, das ist, seinen Sohn Jesum Christum, Vergebung der Sünden gibt und endlich das ewige Leben. Wie bei Petru und den anderen Jüngern, so regt sich bei den wahren Christen immer noch Selbstgerechtigkeit und Lohnsucht, als wären sie berechtigt, von Gott etwas zu fordern. Das Fleisch will immer auf Verdienst pochen, mehr sein und mehr getan haben als andere. Wie oft hört man solche Reden, als sei man frömmer, besser, als habe man mehr getan als andere Mitchristen, als stehe man deswegen vor Gott höher. Dieser selbstgerechten Lohnsucht tritt der Herr entgegen, straft, warnt seine Jünger und sagt ihnen, Wohl ist Gott überaus gütig, er gibt dem Letzten dasselbe wie dem Ersten, aber er lässt kein Verdienst gelten, sondern allein seine Güte, seine Gnade walten, an die allein haltet euch, auf die allein vertraut, und lasst allen Anspruch auf Verdienst erfahren. Er gibt auch dem Geringsten seiner Arbeiter das ewige Leben, allein aus Gnaden um Christi willen, der es mit seiner Arbeit für alle erworben hat, auch denen, die noch in der letzten Stunde in wahrer Buße zu ihm kommen. Und deswegen blickt nicht schäl, seid nicht neidisch, sondern freut euch darüber, dass er so gütig ist. So ist das Reich Gottes in dieser Welt ein Reich, in dem er allein seine Gnade walten lässt, und dessen sollen wir uns freuen, dafür sollen wir ihm von Herzen danken. Aus Gnaden nimmt er die Zöllner und Sünder an, aus Gnaden macht er aus Saulus den großen Paulus, aus Gnaden nimmt er den tiefgefallenen Petrus wieder zu seinen Apostel an, aus Gnaden den bußfertigen Schecher in sein Reich. Die demütigsten Arbeiter im Weinberge des Herrn sind die fleißigsten, und sie sind die Ersten, wenn sie auch spät als Arbeiter eingetreten sind. Mit dem Schlussworte des Gleichnisses, also werden die Ersten die Letzten sein, nimmt er dir allen Hochmut. Mit dem Worte, also werden die Letzten die Ersten sein, wehrt er dir alle Verzweiflung, denn seine Gnade ist die Sonne in seinem Reich. Amen.